ja was brauchst du noch dann ich kann ich nicht einfach auch doch nicht doch doch ich hab jetzt muss irgendwie Trim Rind rumwühlen mit irgendwas anderem um das ist dann mit einem mit einer Schaufel oder so jetzt fehlt uns bloß noch die Flöte Flöte, Flöte, Flöte ich hab noch keinen einzigen Tipp verwendet das ist irgendwie ein bisschen komisch schon bei die Sage von Odysseus hab ich immer Tipp, 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 Tipp und immer gewartet bis sie sich aufgeladen hat oh wollte ich gar nicht wo ist denn jetzt die Flöte die muss wahrscheinlich hier drin sein ja aber das ist doch keine Flöte was anderes gibt es nämlich nicht mehr zum öffnen und hier ist auch blau also benutze ich mal einen Tipp das Boot aufrüsten aktualisieren ok entdecke den Rest des Schiffs und bringen ach das hab ich doch schon so jetzt in die Kajüte des Kapitäns das Bild der Crew oh nein das durch die Schaltfläche lösen links unten kannst du ein Puzzle überspringen aber das Laden dauert einen Moment warum versuchst du das Puzzle nicht zu lösen während du wartest oh nein das Bild der Besatzung ist in Stücke zerrissen es muss wieder zusammengesetzt werden wähle ein Stück aus indem du mit der linken Maustaste darauf klickst zieh es an die richtige Stelle an der Tabelle und klicke dann erneut um das Stück zu drehen verwende die rechte Maustaste so drehen geht zu hey da das könnte dahin passen perfekt hm woher könnte das denn dahin passen was ist das hier denn hä weiß ich nicht ich tu das mal schnell zurück aber da kommt das hin und dann das hier hin weiß ich nicht was das hier ist also wo das hinkommt dann da eins hin weiß ich jetzt immer noch nicht warum nehme ich das auch immer so ähm hä so dahin und dann dahin die Hängematte ist da oben dann das dahin das muss wahrscheinlich hier irgendwo ähm falsch ne auch nicht ah jetzt kann ich es erkennen das ist ein Arm von irgendjemandem Ah ne oder ein Bein ne ein Arm ist das hä aber wo kommt das hin komisch das kommt wahrscheinlich hier oben hin oder doch nicht hallo hm so ich bin jetzt gerade ein bisschen stiller weil ich mich konzentrieren muss oder halt möchte weil ich glaube ihr wollt nicht allzu lange warten bis es hier fertig ist also bis ich das hier endlich gepackt hab nein das ist es auch nicht damit ist es eine andere Armstückchen wie gehört das denn kann ich nicht erkennen das hier kommt hier oben hin und das nochmal bitte drehen und dann da hin und das hier denke ich mal dass es nach da kommt ich habe immer noch keine Ahnung wo das hier hinkommt ach so das ist ein Bein ich habe gedacht das wäre ein Arm das erklärt dann einiges so und dann noch so und dann noch das hier und dann das letzte einmal drehen und dahin das war mir eine Besatzung Bonny der Kapitän und Willi er will ich vermisse sie zum fortfahren klicken Szene 5 von 6 abgeschlossen das Boot aufrüsten aktualisieren so das Geheimnis des Kapitäns suche den Kompass des Kapitäns der sich hinter der kleinen Tür verbirgt um die Türen zu öffnen musst du herausfinden welche Figürchen auf die acht Podeste gehören um ein Objekt auf ein Podest zu klicken zu klicken also ich wollte eigentlich klicken sagen legen also legen klick auf das Objekt und anschließend auf eines der Podeste ne was um ein Objekt auf einem ach so ok vielleicht eher wie rar wie kaputter Mechanismus hm was kann denn hier hin Fisch hier eine Eule perfekt oder wenn es nach ähm reingehen muss dann ist es doch eigentlich schon gut Ritter vielleicht ich probiere mal schnell was aus ok gut also es muss reindrücken ähm reindrücken um es ähm um halt ne wisst schon um es zu aktiv zu aktivieren also damit es richtig ist ok was kann denn zu T gehören Truhe nee nee doch vielleicht äh hier perfekt Ehe ah Kuhzahn Grabstein wahrscheinlich nicht Auge okay das auf jeden Fall nicht Zwiebel auch nicht Melone Wolf auch nicht Karte ganz sicher nicht Mond auch nicht was soll das hier denn darstellen Diamant aber das ist doch ein E na egal was muss denn jetzt hier drauf ich halte das nicht aus was macht der Kapitän da was muss denn jetzt hier drauf muss ich jetzt hier alles ausprobieren ich glaub nämlich schon ich fang mal oben an ok passt auf jeden Fall nicht wahrscheinlich so wie ich es mir denken kann und das ist wahrscheinlich das letzte oder das ist wahrscheinlich auch irgendeine ähm logische Erklärung T T T T T T T T okay wahrscheinlich doch nicht das hatte ich schon ne ja gut na endlich so da haben wir es doch Szena 6 von 6 abgeschlossen finde ich gut aktualisieren oh es ist laut nächstes Kapitel war doch eigentlich gut insel der Verzweiflung die insel der Verzweiflung in den ersten Wochen nach dem Sturm besuchte ich das Schiff regelmäßig mit Hilfe eines Floßes gelang es mir fast alle Güter und Vorräte an die